Hallo und herzlich willkommen zu Terrible Christmas, der Trailer. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt die Serie und ihr werdet sie gucken. Glaubst du denn überhaupt an Weihnachten? Mein Weihnachtswunder, könnt du mich überzeugen, dass es den Weihnachtsmann oder Weihnachten gibt. Wieso feiern sie das dir überhaupt? Clary, Clary! Was ist denn? Vielleicht kriege ich heute von unten bald zu Weihnachten meinen größten Wunsch. Und er wäre ein Smartphone. Ah, schön. Das glaubst du nicht wirklich, oder? Doch! Der Weihnachtsmann wird auch immer wieder komischer. Eine Spende für den Weihnachtsmann. Ich dachte, der Weihnachtsmann teilt Spenden oder Geschenke aus. Braucht die Stadt jetzt schon wieder Geld? Eine Spende für den Weihnachtsmann. Wenn sie was dagegen haben, melden sie sich bitte beim Bürgermeister. Okay. Was? Clary, du kommst doch nicht? Willst du? Willst du? Was soll das? Du wolltest kommen. Du wolltest... Nein, nichts da. Du wolltest kommen, weil Weihnachten ist. Ja, Weihnachten, das ist der Liebe. Hallo? Wo ist die Liebe? Wo ist das Fest? Du bist nicht da. Das ist unser Problem. Hey, Clary, wenn er nicht kann, dann ist das so. Nein, das ist einfach nicht okay. Das ist nicht fair. Holin, hast du die Christdarmkugel? Ja, hier. Oh nein. Sag mal, bist du dumm, oder so? Jetzt sind die ganzen Kugeln kaputt. Das ist so gemein. Ich bin so ein Miese, Peter. Ich zerstöre das ganze Weihnachten. Dieses Weihnachten kann nur noch besser werden. Wir können nur noch auf ein Wunder hoffen. Ich finde, alle überreagieren völlig. Es ist doch nur Weihnachten. Ich meine, wer glaubt in diesem Alter noch an den Weihnachtsmann? Das ist so gemein. Immer gibt Clary mir die Schuld. Immer mir. Ja, frohe Weihnachten. Terrible Christmas. Fahrt auf diesem Kanal, MH Draculaure 3. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Oder euch. Ähm, ja. Ich werde mir viel Mühe geben, das Video so gut wie möglich zu machen. Und dass es auch wirklich Terrible Christmas ist. Und das ist halt das Monster Christmas. Und es ist halt anders. Es ist halt ein chaotisches Weihnachten. Dieses Jahr ist alles unnormal. Und wie unnormal es ist, das werdet ihr sehen bei Terrible Christmas. Viel Spaß. Liken, abonnieren, kommentieren.